Diese Methode hat mein Leben als Musiker einfach radikal verändert. Das war Januar 2013 und ich wollte eigentlich schon aufhören mit dem Trompetenspielen. Also die Kündigung war mehr oder weniger schon geschrieben. Nur ein Kollege aus der Trompetengruppe, der hat mich davon abgehalten und ich war tot unglücklich. Und dann kam Ende Januar, kam ein E-Mail rein, es sind noch Plätze frei, Malte Boba Kurs in Amberg. Und dann habe ich mir gedacht, ja das ist meine letzte Möglichkeit. Also ich habe jetzt alles ausprobiert, bis auf das Boba-System, das probiere ich jetzt noch. Habe mich zu Hause dann abgemeldet für das Wochenende und bin nach Amberg gefahren. Und das war dann eigentlich meine Rettung. Die Methode ist eigentlich total einfach und sie ist unglaublich logisch aufgebaut. Und wenn man, wie ich, wirklich keinen Plan hatte, wie Trompete spielen funktioniert, man hat das Instrument genommen, es ging immer alles, dann kriegt man richtig Angst, sobald Probleme auftreten, die man nicht mehr lösen kann. Und mit der Methode weiß ich jetzt einfach, was ich machen muss, um Probleme zu lösen, die auf mich treffen. Und mit der Methode weiß ich jetzt einfach, was ich mache. Ob das jetzt ein Anfänger ist, der gleich zu Beginn seiner Karriere einfach vieles richtig macht und viele Fehler, die andere machen, vermeidet. Oder ob das jetzt ein Profi ist, der im Berufsleben nach 20 Jahren feststellt, dank der Methode, ich kann doch noch vieles optimieren und verbessern. Es ist, glaube ich, wirklich für jeden was dabei und ich kann es jedem wärmstens empfehlen, sich damit mal zu beschäftigen. Ich war vorher zwei, drei Jahre eigentlich in ganz Europa unterwegs und habe die namhaftesten Lehrer aufgesucht und versucht, mir Hilfe zu holen. Aber es hat sich immer im Kreis gedreht, also mir konnte wirklich keiner in dem Fall helfen, bis ich Malte kennengelernt habe. Musik Ich habe einige Leute kennengelernt und natürlich auch nicht Trompeter, sondern andere Bläschbläser kennengelernt, die eigentlich im Prinzip genau das Gleiche gesagt haben, dass diese Methode ihnen unglaublich geholfen hat, sei es aus einer Krise, sei es um ihr Spiel generell zu optimieren und ich glaube, dass es auch völlig unabhängig davon ist, was für ein Bläschblasinstrument man spielt. Das Prinzip ist das Gleiche und es hilft jedem, der Probleme hat oder der Probleme einfach im Vorfeld aus dem Weg gehen möchte. Vielen Dank.